Unsere neuesten Ausgabe Schnaich live. Wir sind gerade beim Vorwärtsjagd. Das hier ist Spaß. Ich hab mal einen Fass. Ja, wir sind jetzt hier schon seit... So ganz ungeklemmt wieder gefilmt. Nun, wir sind jetzt schon versammelt seit etwa 12 Uhr und 7 Minuten. Und haben es schon geschafft, ganze zwei Seiten zu layouten. Moment, ich präsentiere das gleich mal. Aha! Hallo Kessel. Hallo Kessel. Hallo. Kessel mit Ohren. Sag's. Long, du kannst dich vielleicht drauf verlassen, dass ich dir eine Penhouse mitbringe. Ja? Ja. Ja. Hm. Na ja. Na ja, das sagt ja wunderbar viel aus. Warte mal. Das hat aber nichts damit zu tun, denn wir haben aber auch nichts für die Masse ausgesagt. Und vor allem, das ist eigentlich viel zu viel. Na ja. Weg. So viel. Filmend. Jawohl. Mach was dagegen. Sonst mach ich was dagegen. Gabi, du musst jetzt was Lustiges sagen. Das machen sie nie. Wir müssen im Film sagen, sie nie was Lustiges. Voll. 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 Sag was. Ich hab nichts zu sagen. Warum? Haben wir überhaupt schon die Werte? Du drückst da drauf, lass da. Aha. Aber das hat nichts gemacht zum Glück. Ja, hallo. Ich bin der Lomm und ich bin auch da. Was ich natürlich sagen muss, es ist wichtig. Hier, dieser Stift, er ist grün. Im Ernst. Und diese Nüsse, wir haben sie gegessen. Es tut mir leid, aber manchmal kann man das nicht ändern. Hallo. Wenn ich diesen Stift jetzt in diese Nüsse reinlege, was könnte da passieren? Nichts. Ja, das ist es. Und deshalb entferne ich mich jetzt aus diesem Film. Warum kann ich mich hier nicht entfernen? Ich hasse ihn. Ja, das sieht immer aus. Aha. Wenn ich reinkomme, fühlt er mich wieder. Deshalb kannst du nur um den Film stehen. Ja, das kann ich ganz machen. Ho, ho, ho. Haben wir dann so hierher? Nee. Oder ich gebe allen tot und nicht weg. Ja, mit zwei B-Bildschirmen. Zwieb-Bak. Ja. Ein B, oder? Nein. Zwieb-Bak. Ach, nö. Zwieb-Bak. Lass es doch das. Nein. Doch. Das ist blöd. Zwieb-Bak. Zwieb-Bak. Also eins muss weg. Entweder das E oder das M. Lange halt nicht immer von mir. So. Der ist aber so schön. Ah! Was ist der? Okay. Weich. Weich oder wo? Weich. Ja. Voller Gewalt. Todgeteilt. Wieso habt ihr das nicht eigentlich fotografiert? Was? Einen Kuchen. Ja, aber das ist auch schön. Ähm. Wies. Brrrr! Und Brot. Was ist das Brot? Das, meine Damen und Herren, ist ein Kessel. Ein echtes Stück Fleischkessel. Wir werden ihn heute kochen mit Petersilie und Butter. Wir werden sehen, das schmeckt herrnlich. Wir wünschen Ihnen guten Appetit schon einmal im Vorhaus. und wir werden uns nachher wiedersehen, dann mit einem gekockten Kesselfleisch. Auf Wiedersehen, bis nachher! Was uns alle doch bewegt, lieber Markus, das Problem, ob an eurem Studiendach auch das Thema Nudeln angesprochen werden könnte. Wie ist die allgemeine Stimmung hierzu in eurer Schule? Ich spreche für Kesselfleisch. Ja, sicher, das wissen wir alle, aber Nudeln haben noch eine viel höhere Aussage gebracht als Kesselfleisch. Könnten Sie hierzu kurz Stellung nehmen? Aber sie schmecken nicht so gut. Das kommt darauf an, in welcher Verbindung man die Nudeln nudelt. Als Nebennudeln oder nicht? Nicht Nebennudeln. Nudeln nudelt man neben den Nudeln, aber nicht genudelt neben. Neben, 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 na, ja? Und bitte wiederholen, ich habe nichts verstanden. Ähm, was ich sagen wollte, Nudeln sind gut. Aha. Ja. Danke fürs Glück und recht. Ich bin... Schon wieder... Es gab das Bildschirm voll oder nicht? Ja, die Teile, wo... Sind 50 Teile oder 60 und die müssen auf dem Bildschirm verteilt werden. Dürfen sich aber nicht berühren ineinander. Oh, das ist jetzt dumm. Naja. Geht's nicht so. So geht's. So geht's. Hm-mm. Er filmt und filmt. Geht's auch so, dass er sich so schräg berührt? Hm-mm. Hello? Nee, ich glaube nicht. Und flackert denn das? Wenn's nicht geht, flackert es. Ähm. Oder vielleicht flackert es auch einfach so. Jetzt. So, da scheint doch in allem zu kommen. Ach, weil so war ja auch 884.5. 885. 885. 885. Hat's jetzt den Rest nicht gemacht. Und man hat das Linder als auch noch zu kommen. Jetzt setzen. Ja. Ah, das ist jetzt 7. Ah, ja. Kannst du oben auch in die Ecke setzen. Ja? Da hat er etwas anrundet links. Da war'n. So schnell. Hä? Scheinbar nix sein, oder? Komisch. Komisch. So wie viel hier. Ja. Wie viel hier nix. So was wie im Wald. Na, wo's nimmer? Wir sind zu äußerst. Wir sind zu äußerst. Was? Wir waren so für ein Banger. Hab'ch immer so ein Gefühl? Ach nicht. Was denn Leute im Wald, die sind? Ja, ja. Die über Computer gehen. So eine Blöde sind die. Die voll nett sind. Was? Hab'ch immer einheitlich gezeigt. Hab'ch immer die 5-Jährigen gezeigt, die um Geld wurde. Hab'ch immer auf den Stau und so. Seriöse Menschen. Ey, sieht cool aus.